Applaus jetzt bitte für BGBRG Köflach Unterstufenklasse, die Firma Remus, die heute hier präsentiert wird. Wir, die 4D des BGBRG Köflach, sind fasziniert vom Betrieb unserer Region, der Firma Remus. Remus ist weltweit Marktführer bei Abgasanlagen für PKW und Motorräder und in 60 Ländern vertreten. Alles begann mit der Gründung der Firma im September 1990. Angelika und Ingenieur Otto Kresch starteten damals mit 5 Mitarbeitern und vielen innovativen Ideen. Kurze Zeit später startete der Bau des Remus-Werkes in Bernbach. Der Betrieb wurde mehrmals vergrößert und zählt heute 250 Mitarbeiter. Nun, was produziert diese erfolgreiche Firma? In erster Linie Abgasanlagen für PKW und Motorräder, aber auch Dieselpartikelfilter. Ebenso die weltberühmten Sportauspuffanlagen, die auch im Rennsport vertreten sind, werden hergestellt. Weiters auch elektronische Steuergeräte für Dieselmotoren, die die Leistung steigern und den Verbrauch reduzieren. Wir besuchten das Werksgelände der Firma Remus und bekamen einen interessanten Einblick in den Betrieb, von der Planung bis zum fertigen Produkt. Am besten gefallen hat uns das 3D-Lasergerät, ein modernes Gerät zur Metallbearbeitung. Außerdem stellt die Firma Remus Lehrlinge in folgenden Bereichen ein. Produktionstechnik, Mechatronik, Elektrotechnik, Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau und viele weitere. Im Rahmen des Projekts bauten wir eine komplette Auspuffanlage, bestehend aus Krümmer und Schaldämpfer. Der Krümmer leitet die Abgase vom Motor zum Schaldämpfer, der für den Sound verantwortlich ist. Ein solcher Sportschaldämpfer der Firma Remus besteht aus einem gelochten Stahlrohr, einer Beschichtung aus Stahlwolle, Glasfasermatte zur Dämpfung und einer Außenschicht aus Stahl, Titan oder Carbon. Die verwendeten Materialien und die richtige Mischung der Glaswolle beeinflussen den Sound wesentlich. In der Produktionshalle fertigten wir selbst einen Schaldämpfer an und schraubten, klebten, schnitten und nieteten alle Bestandteile zusammen. Wir brachten uns beim kompletten Produktionsablauf ein bis hin zu Verpackung und Versand. Nun demonstrieren wir Ihnen, wie eine solche Auspuffanlage in ihre Einzelteile zerlegt wird und worin der akustische Unterschied zwischen einem Remus-Sportauspuff und einem Serienauspuff besteht. Hier vorne sehen Sie das schöne Modell des Krümers der Firma Remus, das aus Titan besteht und hier das alte Serienauspuffmodell. So, wir haben noch zehn Sekunden. Nun noch den Sound des Serienauspuffes. Ja, Dankeschön für die Präsentation. Ich sage einmal Punktlandung, was die Zeit angeht.